Herzlich willkommen beim freundlichen Edeka Kaufmann. Mein Name ist Jörg Klein. Ich bin Inhaber dieses 2009 eröffneten Edeka-Marktes im Bad Honnef-Igidienberg. Unser Familienunternehmen ist seit über 40 Jahren hier am Ort. Das Herzstück in unserem 1500 Quadratmeter großen Geschäft ist der 22 Meter lange frische Bedienungsbereich mit unserer Fisch, Wurst, Fleisch und unserer Käsetheke. Die Käsetheke ist 5,50 Meter lang. Dazu kommt noch ein 2 Meter breites Cabriomöbel, aus dem wir eine Vielzahl an Spezialitäten auch in Selbstbedienung verkaufen. Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden regelmäßig Gourmetabende, aber wir veranstalten auch Kundenreisen oder Mottoabende. Eine italienische Nacht oder eine Piratenparty gehören bei uns zu den Events, die, wie ich glaube, über das Alltägliche hinausgehen. Etwas ganz Außergewöhnliches in unserer Käseabteilung ist unser Team. Ohne dieses Team wären wir heute nicht das, was wir sind. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen und meinem Team sagen, danke, ihr macht einen richtig tollen Job. Unsere Kunden begrüßen unser Angebot an Spezialitäten und ausgefallenen Käsesorten. Wildblütenkäse, eine Demeter-Auswahl, Dijon-Senfkäse oder getrüffelter Pecorino lassen die Genießerherzen höher schlagen. Unsere Frischkäsezubereitungen bezeichnen unsere Kunden als Suchtgefahr. Eigene Kreationen wie Käsetrüffel, Lauchtorte oder Himberger-Törtchen ergänzen das Angebot. Die Meckerecke ist der Ziegen-Sortiment vorbehalten. Lob und Anerkennung durch unsere Kunden motivieren uns bei der Arbeit, wie zum Beispiel beim Herstellen von Käseplatten. Denn wir lieben Lebensmittel, auch wenn bei uns in unserer Abteilung alles Käse ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017